Applaus Auf, hinten hoch, ausstehen! 2x2 mit Penelix. Ihren Weg war nicht mehr Erfolge Luka und Julian Meister. Er ist noch mehr so gut. 3x3. Es halten sich bereit in einem gewissen Ausgangs-38-Zimmer, der die Jungs-Habler-Kaufmeinung-Sport-Gesdeck und Ajo-Pazif-Sport-Dresden-Mitte. Kopf aus! Kopf aus! Auf, hinten hoch, bleiben! Ako, rechts! Den Kopf, stieg den Kopf weg! Stieg den Kopf weg! Die Auf, hinten! Auf, mal der 1, kommt es nun zur Begegnung zwischen Wagner, Koffermark, Kessler und Kösleck und Ajo-Pazif-Sport-Dresden-Mitte. Kannst du eng fassen? Oh, nein, warte, du siehst! Wagner! Wagner! Was? converting Der letzte Kampf, den die EU-Bundes-Applaus-Team waren Kody Stracker, SV Püsnick und Richard Schott ab und wieder auf den Kürchen zur Halbzeit treiben. Anschließend an den Kampf beginnen wir mit dem D-Jugend im freien Stil des Einführungskilogramms bei Kölnstrennen, Erfolge Lugau und Blauerbach KFC Leipzig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es haben sich gereiht, unter demnächst, dass es 48 Uhr kamen Oleg, Bartel, SDM, ATH und Dupa, Marei, Esmo, Dresden. Weiß ich nicht. Soll halt noch schöne Wertung machen und gut ist. Die Rolle, einfach eine Rolle, einfach eine Rolle. Kann er nicht. Kann er nicht. Haben nicht gelernt. Pass in die Kniekehle. Kniekehle.